Man weiß es halt einfach nicht. Hüpp. So, die kommen da nicht mehr hin. Unmöglich. Wir können eh nicht keine drei Flöcke springen. Oder wenn ich das schaffe. Aber nur zu sprinten. Nicht einmal. Hä? Die kommen... Ha. Huh. Jetzt werden wir da mit Sprinten hier mal drauf kommen. Das ist doch schon klasse. Alles okay. Das können wir jetzt mal schon gedeihen lassen. Würde ich mal sagen. Los geht's. Zu etwas. Ach. Wie. Arbeitzeug. Boah. Scheiße. Mal wegpacken. Und doch, die kann ich gleich hernehmen. Die verarbeite ich gleich. Kann ich gleich mitnehmen. Die Schaufel muss ich auf alle Fälle mitnehmen. Das Eisenschwert mitnehmen. Die Axt nehme ich jetzt mal nicht mit. So. Das lasse ich auch tun. Alles klar. Ich mach jetzt mal für sichshalber noch ein Schwert. Und noch ein Spitzhack. Der Rest musste genügen. So. Brot mitnehmen. Ab in den ersten Dungeon. Ach. Was für ab in den ersten Dungeon. Das geht doch nicht ohne Fackeln. Das geht doch nicht ohne Fackeln. Klau ich mir hier zwei raus. Klau ich mir hier zwei raus. Hier zwei. Und hier zwei. Okay. Wollen wir es mal rund, oder? So, wo immer 10 drin sind. So. Steckerchen. Hab ich hier. Holz hab ich. Wie viel kriegt man raus? Vier. Sieben. Elf. Okay. Ach. Ich brauch hier nochmal zwei. So. Passt perfekt. Du kommst da rein. Ich nehme mich mit. Welche Höhle wollen wir denn als erstes erkunden? Die dort hinten? Die. Ach komm. Ab geht's. Guten Tag, der Herr. Da, Rektor. Störst du dich bei meinem morgendlichen Sport? Hm, Kohle? Eisen. Gruselig. Hä, wo? Hä, wo? Oh. Da, der will der runter. Hä? 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 Ach du Scheiße. Hm. Das Problem ist... Nein, jetzt... Ja, jetzt kommst du von da runter, du. Noch einer. Nein, habt ihr es jetzt endlich? Kleine Ärsche. Tut mir leid, dass ich das sage. Ist doch wahr. Ich bin da einfach so erschreckend. Es geht doch nicht, komm, seid ehrlich, Leute. Oh, ach so. Boah, ich dachte schon. Plums, plums. Plums, plums. 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 um so bin ich denn so still ach du heilige Scheiße es ist hier ein abflusskanal oder was fließt einfach mal die scheiße durch das ganze käme ist immer alles mal mit alles so viel ist jetzt auch nicht gedacht schon heftig so sollte also das paradies beschrieben werden alle kies meine haufer ist doch gar nicht aus die höhle ist mir nicht ganz geheuer so unsere tagesration ist weg was kommt denn das jüngchen her das was habe ich gesehen da und ein erstes kriegchen schon wieder so eine krass fett geile wöle ich muss nicht zu heftig musste echt aufpassen creeper creeper kommst nicht hoch ich gar nicht eingeschätzt ich hätte das dummer eingeschätzt war wohl falsch von mir doch kommst nicht hoch ja komm komm ein sprung ein sprung reicht komm komm schon soll ich zu dir kommen komm 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 ach weißt was m der Arm da habe ich ihn nur dort die Wischung ich bin schon gekült die Kürler Partei ganz genau gut um die Kieren Und Steinchen hier und Steinchen dort Oh, ein weiteres Kriebchen Bauen wir mal hier zu Kuckuck, Kriebchen, hallo Kriebchen, komm mal her Kleiner Sack Scheiße, ich hab nicht zugemacht Ich hab nicht zugemacht Ich hab jetzt tatsächlich die Bude weg hier Du Scheiße Ich hab jetzt tatsächlich selbst missgebaut Das war's schon Ich hab noch eindeutig Nur Wasser Plätschern Ich hab noch ein Knochen Knochen